Sie sind gerade 20 Jahre älter wie ich. Das macht doch nicht mal etwas für die Jugend tun zu können, denn die kommt immer am Schluss mit ihren guten Sachen. Die Schwimmbäder werden geschlossen und die haben auch keine Möglichkeiten mehr, sich irgendwo gemütlich außerhalb der Schule zu treffen. An und für sich die größte Fehlzündung, dass man dieses Paradies jetzt in einen Trümmerhaufen verwendet. Die Schwimmbäder werden geschlossen. Die Schwimmbäder werden geschlossen. Die Schwimmbäder werden geschlossen. Die Schwimmbäder werden geschlossen.